Ich habe schon das eine oder andere Angebot gehabt, also da bin ich ehrlich. Trotzdem habe ich mich dafür entschieden, dass ich nochmal hierbleibe und den Vertrag einfach verlängern, weil es mir sehr, sehr gut geht. Ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl und hier ist mir einfach sehr viel ermöglicht worden und ich merke einfach auch, dass der Verein sagt, okay wir wollen in dem letzten Jahr, was wir da erreicht haben, einfach auch noch weitere Schritte machen und die Entwicklung vorantreiben und dafür habe ich mich dann entschieden, einfach nochmal zu sagen, ja okay, ich gebe dem Verein einfach auch was zurück und unterschreibe vorzeitig. Sagen wir mal so, ich bin eigentlich keinmal aus Küken, sehr, sehr jung gewesen und habe damit auch nie gerechnet, weil mein Wunsch war es immer halt nach der Schule ins Ausland zu gehen, beziehungsweise nach Deutschland zu gehen, in der Liga zu spielen und ja, am Anfang habe ich mir auch schon ein bisschen schwer getan, da ist es auch nicht so rumgelaufen, aber man hat dann auch gemerkt, dass ich mich entwickelt habe, dass sich die Mannschaft entwickelt hat, dass sich der ganze Verein einfach entwickelt hat und das hat natürlich auch dann zu meiner Person viel beigetragen. Ich sage jetzt mal, die größten Erfolge waren natürlich Spielerinnen des Jahres und Torschützenkönigin in der deutschen Liga, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Champions League für unsere Mannschaft auch ein sehr, sehr großes Highlight war dieses Jahr und dass man da so weit gekommen ist und ich sage immer, das sind einfach auch kleine Momente und Spiele, die was man dann mit der Mannschaft auch genießen kann, was trotzdem ein besonderes Highlight sein kann für einen. Das war eine sehr, sehr coole Erfahrung, dass man da Sonntag, Mittwoch, Sonntag quasi gespielt hat und da viel herumgeflogen ist mit dem Verein. War so nicht üblich und war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Wenn man jetzt dann halt so das letzte halbe Jahr Revue passieren lässt, hat man schon gemerkt, dass uns nicht einfach so leicht von der Hand gegangen ist, aber trotzdem muss man sagen, im Großen und Ganzen glaube ich war es trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche Saison, wo man schon im Nachhinein dann auch zurückblicken kann und sagen kann, wow, man hat viel erreicht und viel Erfahrung sammeln dürfen. Natürlich haben wir dann auch den ein oder anderen Verletzten dabei gehabt, sage ich jetzt mal, wo unser Kader dann auch ein bisschen kleiner geworden ist, was vielleicht dann auch dem einen oder anderen die Kraft gekostet hat, aber im Großen und Ganzen ist trotzdem immer eine Mannschaft am Platz gestanden, die was versucht hat, über 90 Minuten Gas zu geben und das Bestmögliche an dem Tag rauszuholen. Das darf man natürlich nie vergessen, dass wir alle nur Menschen sind, dass es einfach mal besser läuft und ich glaube jetzt ist einfach, dass man sagen muss, dass man ein Fazit von dieser Saison und sagt, man lernt aus den vergangenen Wochen und nimmt das, was gut gelaufen ist, einfach mit. Ja, also ich freue mich auf die EM, vor allem auf das Eröffnungsspiel im Old Trafford vor 75.000 Zuschauern. Das ist nicht ein Spiel, das man jeden Tag hat und wir haben damals gemerkt 2017, was passieren kann, wenn man gut ins Turnier startet. Ist wieder ein neues Turnier, da wird wieder alles von vorne angefangen quasi und ja, wir haben eine sehr, sehr starke Gruppe, das kommt auch noch dazu, aber ich freue mich einfach, dass wir da dabei sind und dieses Erlebnis zum zweiten Mal erleben dürfen. Und bis dahin, wie sieht jetzt deine persönliche Sommerpausevorbereitung aus? Ja, jetzt noch ein bisschen weiter trainieren und dann eine kurze Pause zwischendrin und dann geht es eigentlich schon wieder los mit den Vorbereitungslehrgängen für die EM. Also es bleibt nicht wirklich viel Zeit zum Erholen, aber die Zeit, die man hat, die nutzt man dann.